hallo und herzlich willkommen zurück zu battlefield 4 beta meine freunde natürlich bin ich wieder mit denen mit den ganzen spacken von der ersten runde dabei der conden ist dabei der dalu ist dabei der mark ist dabei und ich bin dabei alles zusammen einfach hallo sagen das kürzt die sache einfach ab morgen aber ich bin auch diesmal auf der seite spielen wir die u.s. armee der neben die schinesen spielt ja und ich sitze ziemlich doof in dem fahrzeug drin was nicht weiterfährt ohne mullen und knullen so wir müssen am besten zu gehen oder es ist schon rüber zu ich glaube ich schwimme rüber zu gehen ja wir fahren einfach mal wir fahren Richtung D ja ich war als erstes c-h ich werde schwimmen da ist ein tank gehen wir rein da ist ein tank gerade reingefahren ich weiß nicht aber wir können reinfahren wo sieht man denn wie viel luft man hat da ist ein tank oh mein gott rechts von uns ist unten ein tank gewesen weiß das jemand was ist der bitte tauchen ab dann sag ich es dir ja wo man sieht wie viel luft man hat ähm keine ahnung sind super soldaten kannst ewig tauchen so ich bin bei ihr angekommen ich spawn jetzt bei dir warst du oben ist ein tank und ein soldier nicht einfach direkt drauf aber bitte nicht ballern wer macht das denn ich hab den dm freigeschaltet ja nice es gibt verschiedene es gibt verschiedene dann schützt jetzt ein bisschen mich alter wo bin ich denke es wollt wenn ihr mal mit dem lift hochfahren solltet in dem lift läuft sogar werbung auf dem einen fernseher wollen wir dabei der basti ja ich bin ich bin fast da und freunde da hinten steht ein tank ich klaue dir den tank ich komm hier nicht rüber ja Freunde ich hab den tank du hast den tank von dem okay aber hier ist noch ein der tank von denen ich weiß ja dann mach ihn kaputt ich bin dabei noch schneller das lädt nur so langsam nach das ding ich steh direkt neben ihm ich kann die durch die wand dann nicht killen what the fuck weiß einer von euch wenn man die kohle in dem sch- äh die kohle die konsole in dem spiel öffnet oder schließt mit circumflex mark bleibt mal gerade am leben bitte ich muss doch warte mal ich will gleich den langen geschehen aus so ich hab den d4 im abstart warte mal first eight pack wenn ihr noch drei sekunden wartet könnt ihr gut bei mir spawnen defibrillator auf dem dach landen first eight pack da drauf perfekt du deploy dann ist irgendwie immer noch am leben nein lande geil gelandet doch jetzt komm nice super wollen wir da ist da unten jemand auf dem dach oder was wollen wir runterspringen auf das auf die warte 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 noch nicht ja noch nicht und der erste spring ach so das ist ein anderer außen dazu das ist ein anderer das ist im bekehr nix ich bin auf dem glasdach ich bin auf dem glasdach er leute das rechts links neben euch einer auf dem dach oder so hier unten das war so geil geil ja durch die durch die reklame du ja schock Alter ich hab'n defi ich hab'n defi ich sterb einfach nur da kriegst du mich ich hab'n ich hab'n ich weiß nicht wie das ding funktioniert das ist anders ja du musst länger gedrückt halten und also es ist mit länger gedrückt halten jetzt auf jeden fall hast du mich nicht bekommen oder ne ich probier das nochmal dann gerade ich werd hier auch geschossen Alter ich sterb einfach die ganze zeit was ist da los warte mal jetzt probier's ach fuck ey das ist meine Idee ja ich bin die Leute wir haben aber woanders ihr Penner ehrlich noch mal von vorne ja ja der Heli hier oh was ist die Lokse heute wir haben wir verliehen gerade alle Punkte es ist so wohl nicht wir müssen aber dem abprobieren da oben steht einer nach der da du aber glaube ich habe ich auch schon eine Visier wenn ich da habe ich hatte gemessen von den sehr schön so ich geh jetzt mal direkt obere Etage alter ich der Mark hat seinen ersten Rage-Crit in Battlefield 4 verfolgt also nicht ich hab irgendeine Tasse gedrückt auf einmal ist alles Colin, Colin, geh mal in Deckung, leg dich mal hin es tut mir leicht leuchtet weil gerade alles bei mir kaputt ist in der Auffassung Panzer kommt zu D fuck oh wo sport ich denn da nein ich hab echt drüber geschossen mach die vom Dach kaputt, mach die vom Dach kaputt ja auf die will ich schießen aber die ich will außerhalb der Spiele fällt was das ist ein Medipack ja bist du noch auf meinem Dach da oben oder bist du dann runter gesprungen ich bin runter gesprungen ohne mich gefahren ach so scheiße ja wusste ich gar nicht der fährt aber auch nicht boah fährt der hoch ey warum geht denn die scheiß Tür nicht auf ja ich bin gefangen warum hab ich eigentlich einen Laserpointer an meiner Waffe wollte ich doch gar nicht diese Tür an der anderen Seite aufgegangen komm komm hab dich ah ne das ist ein anderer aber das mit dem D4 hab ich jetzt kapiert zumindest wo sind bei D die Gegner hier also manchmal springt der einfach nicht über irgendwelche Deckungen über mir ja keine Muni mehr ah keine Muni mehr The Paracute Man The Paracute Man Karni war blei- hier äh Conning bleibt mir stehen da bleib mir stehen da Midipack das war praktisch keine Muni mehr ein Engineer erschossen, Waffe aufgerufen hier Midipack Perfekt Muzzle Break was das denn? mag das ganz viele bei Reducing bei Adds immer noch Granaten Freunde ich wollte es nur sagen so hab ich euch gleich schon mal den Loadout Screen gezeigt und so was man alles einstellen kann ja ja super klasse Amelkill hier wird getamt lol nice Midipack sehr gut was noch eins? Pause ist wieder eingespitzt hab ich doch hab's doch hingelegt lol also die Runde ist gerade irgendwie scheiße was du Tank unten ach ja komm oh nein okay die ganze Zeit läuft mit meiner M320 hehehe hey fall einfach freigeschalten lol voll das ist ein Tank oooh ich hab den Panzer mit meiner M320 zerstört haha wie geil ist das denn das das endlich Schaden macht zu den Fahrzeugen das ist voll nice so wir haben's ja eh Alarm 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 so jetzt hab ich endlich wieder die auf der richtigen Position die ganzen Midipack und so sehr schön oh 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 scheiß ich bin tot kannst du mich wiederbeleben? noch kann ich gar nix hier haha warte ich probier's ne es geht nicht mehr wieso geht nicht mehr? kann man nur einmal wiederbeleben? war schon zu tot haha ich bin schon verfault hier irgendwo geh drauf ey ich versuche jeden wieder zu erleben aber ihr sterbt einfach so auf die Spackhose ja tut uns leid ja halt die Fresse du Mongo hehehe kannst gar nix ey hehehe ja auch da die ganze Zeit mit dem scheiß Granatwerfer rumpballern ey wieso? dafür ist er ja da aah komm schon du shit oh diese Secondary Ape boah ach nur weil der erste ist hier haha nur weil der erste ist doch da haha höre ich da neid haha 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 spawnt die keine Sau von denen mehr das ist auch einer hinter dem Dings wieso ist die Dings durchgeflogen die Granate das kann ja nicht sein ich mach mich jetzt unsichtbar alter kannst du mal aufhören zu sterben plumber ehrlich man ey ich versuche die ganze Zeit wir zu beleben du stirbst immer an Orten ey Nein, ich hab mit der M320 den Typen abgeschossen, die ist durchgeflogen. Die ist ja die Krise! Ah, ich lauf da einfach drauf! Von hinten! Oh, je länger ich gedrückt hatte, desto... Ja, ich hab dich wieder gedrückt. Achso, muss ich erst akzeptieren, lol. Nee, ich will nicht, ich will sterben. Ja, vor allen Dingen hab ich aufs Third Person auf mich drauf geguckt und hab als Linkskick drücken und da hab ich einfach geschossen und dann war ich im Spiel. Ja, je länger man gedrückt hält, desto mehr Energie hast du, wenn du spawnst dann wieder. Je kürzer, desto weniger. Hab ihn markiert. Hab ihn. Da ist noch einer. Hab ihn. Da müssen aber noch welche sein hier, weil das... Ja. Das lässt sich nicht capturen. Pass auf! Von hinten! Ah, scheiße! Oh, shit, ey! Mit Abstand, Freunde! Mit Abstand! Leg dich mal grad hin. Oder irgendwo rechts. Weiß nicht genau. Geh mal in Deckung auf jeden Fall. Ja, da nicht. Da sind zwei Tanks vorne. Das wird's... Na, okay. Wir fahren auch mit zwei Tanks drauf. Oh, der eine Tank von uns ist schon zerstört. Ich geh rechts rum. Jawoll. Kill. Nächster Kill. Nächster Kill. So läuft das! Nächster Kill. Granate. Danielle. Herr eyelid hier hinteniste. Wooh! Oh 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 oh! Da sieht es ganz schlecht aus grade. Wuh Uh Uhuh Uhu! Oh, komm. Wer seid, dass einer von euch... ...den Defi freischaltet. Ja. Dauert nicht mehr lange. Oh nice, da du lebt noch. Ja, ich bin jetzt hinter feindlichen Linien. Hab dich. Warum bist du gestorben? Bist du behindert? Ne, ich steh da wieder. Hä, bei mir liegst du da noch? Ja, ich seh meine eigene Leiche auch. Der Tank ballert hier drauf, Vorsicht. Ja, ist klar. Warte. Da sind vier Leute jetzt. Wo ist denn unser anderes Team eigentlich? Fields gehören mir. Hier. Ah, ich bin down. Ach komm. So. Nice. Nicht bei mir spawnen, nicht bei mir spawnen. Ne, 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 ne. Ich wollte den Heli spawnen und der ist ins ausgeflohen. Mit nem Tank drinne. Oder was ist das hier? Ein SUV? Fahr doch weiter du Spacko. Alter, ohne Witz. Was bringt dir das? Ja, ist doch gut, weil er steht hinter den Tanks. Ja, aber der steht zu weit weg. Ne, hier vorne ist doch direkt ein Tank. Korrekt. Ach Junge, jetzt fahr doch nicht zurück. Gut, das ist scheiße. Rechte Flanke im Haus. Hab ich schon. Die einnehmen Leute, die. Ich bäge ein Boot oder so. Oh Gott. Oh, ne. F320. So. Alles weggerult hier. E oder C? Ja, C ist kacke. Gehen wir die E. Sind bei mir spawnen, wenn ihr nicht näher dran seid. Vorsicht, da ist ein Tank. Kriegt er uns direkt. Raus hier. Raus hier. Raus hier. Raus hier. Komm her. Hier, ich hab dir eins hingeschmissen. Da. Oh, fuck. Das ist der Tank. Scheiße. Oh, shit. Oh, Gott. Ja. Mit 10.232 mal eben. Ganz entspannt. Erster. Ja, Marc. Das mit der Challenge kannst du vergessen. Die ist ja schon vorbei. Geht doch nur einen, denkst du. Die ist ja schon vorbei. Ach, die geht nur eine Runde? Ja. Was denn? Ich hab... Ja. Ich hab ja nur einen. Mal komm mal her. Wieso? Ich war doch hier. Was ist da los? Der Handy soll mal höher fliegen. Ab zu ihm. Alter, wir haben einfach mal alle Squad-Perks freigeschaltet. Ja, jetzt dürfte fragen, an wem das liegt. Danke. So. Ach, ja. Mit einem 17. Warum hast du eigentlich so viele Punkte? Du hast ja reviven oder was? Ne, weil ich einfach auch markiere. Weil ich einfach... Ach, hier spiele. Wie markiert man? Mit Kuh. Mit Kuh. Tank! Vorsicht! Zurück! Ich hab'n ganz fiesen Bug in dem Game. Vielleicht könnt ihr mir erklären, wo das herkommen könnte. Bei mir drückt der alle 6, 7 Sekunden automatisch rechte Maustaste. Scheiß, wir tot. Hab dich. Alter, wie... Ich muss den... Revive mit der linken Maustaste akzeptieren und fang dann sofort anzuschießen. Was ist das für ein Scheiß-System? Das Blöde ist auch, dass man dann... Ich wurde ja noch nicht revived, aber das Blöde ist ja, wie willst du das in der Situation schnell machen? Ja, man sieht sich außerdem nur aus der Third-Person-View und wird dann in die... First-Person. Die Third-First-Person, ey. Third-First-Person. Die Leute mit gespaltener Persönlichkeit. Die... Die... Die dritte... Die dritte... Die dritte... Die... Die dritte... Äh... Äh... Erste Sicht. Colin, bleib am Leben! Colin! Colin, bleib am Leben! Ja, ja. Gummach. Ok, erst mal spawnen direkt, anfangen zu schießen. Oh, irgendeiner ist durch den Metalldetektor gelaufen. Ja, mach ich bei Payday auch immer aus Versehen. Rechts, Granate. Ja, wieso fliegt der Granate einfach so weit? Ja, genau das wollte ich machen. Willst du mich verarschen, Marc, ey? Ich hab... Ich hab... Ich hab... Eh... Kein Kill bekommen, ich hab nur Kill, das ist. Ich bin geschaut. So ein Kack-Sniper, ey. Wer... Welcher Spaten hat's denn? Hinter euch, hinter euch, hinter euch, hinter euch ist ein... Auf-the-Map. Oben auf dem... Ja, Alter. Ohne, wir können doch nicht auf alles gucken. So, jetzt hab ich den... Oh. Jetzt hab ich den hinter uns ausgeschaut, aber dann kamen die vor uns. Das war natürlich... Ah, und jetzt sind Skirny nur noch C und B. Wir haben noch nicht mal einen von den Punkten. Wobei, äh... Ich warte noch, glaub ich, bis D eingenommen ist. Caption gerade alles. Ja. Ja, D. Ich spawn bei D. Ja. Warte, man kann mit Doppelklick drauf spawnen. Nice. Genau. Kannst du mit Doppelklick auf den Spot direkt spawnen. Ja. Auch nice. Tank! Alter! Ja, ey, Leute, ich spawn noch grade, ey. Noch nicht auf... Nicht schießen. Oh, der Tank guckt genau hier hin. Dank. Squadwiped. Warte, warte, warte. Von oben, vom Dach. Lebt ihr alle noch? Ja, ich leb noch. Bin also alle, von daher. Ich hab mich grad schön an E angeschlichen, falls ihr down sein solltet. Ja, ich bin jetzt down. Bleib mal kurz in Deckung. Ja. Richtig gut versteckt. In Deckung, bleib in Deckung. Ah ja, du bist... Ah, okay. Da bist du an dieser Reling, alles klar. Oh, okay. Direkt gesniped. Kann ich jetzt spawnen? Ja, bin da. Sehr schön. Äh, ich versuch jetzt mal... Wobei oben... Das Stockwerk oben ist scheiße. Komm, Tank auf euch rückwärts zugefallen. Okay. Ich war eben schon mal oben, da wirst du direkt gesniped. Sieht momentan gut aus. Ja, sieht gut aus. So, D. Sehr schön. Ach, das macht Bock da. Aber ich hab schon... Leute, jetzt reicht es, die kann gar nicht früher kommen. Ja. Vor allem die ganzen anderen Maps. Ich find die mir ein bisschen zu hektisch, muss ich sagen. Ich glaub, mir werden die anderen besser gefallen. Der wollt mich überfahren? Oh, shit. Alter, kann er mal... Warum stepp ich eigentlich immer, ey? Geht da jemand drauf? Scheiße. Der Dado ist der einzige, der überlebt. Ich krieg immer als erstes auf die Fresse von den Tanks, ey. Warum? Egal, das wird's gewesen sein. Ich hör schon die Mucke wieder. Ja. Die Mucke ist geil. Ja, Leute. Und damit die zweite Runde gewonnen. Und zwar auf Seiten der OS. Und noch nicht mal nur gewonnen. Ja? Komplett gerult. Die ganze Scheiße, ja? So muss das sein. Direkt in Battlefield 4 einsteigen. So steigt man ein, Freunde. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und irgendwie ist bei mir das Spiel stehen geliebt. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.